Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, heute mit der italienischen Variante, der Matchmeness Megatin aus der UEFA Champions League Magitex 2020-21-Kollektion von Topps. Und damit seid willkommen zu diesem neuen Collectors-Video, in dem wir uns heute die Matchmeness Megatin aus der UEFA Champions League Magitex-Kollektion von Topps anschauen wollen. Das Ganze in der italienischen Variante, da hier ein paar Karten enthalten sind, die es in der deutschen Edition nicht gibt, nämlich die der italienischen Vereine, die Topps exklusiv nur in die in Italien ältliche Variante gepackt hat. Und sicherlich kann man über diese Megatins die sieben italienischen Vereine nicht kompletieren. Dazu bräuchte man viel zu viele von diesen Megatins. Aber wenn man ohnehin noch die exklusiven Karten, wie in diesem Fall die Matchmener braucht, dann kann man sich mit diesen italienischen Megatins natürlich schon mal eine gute Grundlage legen und muss nicht ganz bei Null anfangen. So, wie in jeder Megatin finden wir auch hier zwei Päckchen. Eins mit den exklusiven Karten und der Limited Edition. Das zweite mit den Base- und den Special-Karten. Und auch hier haben wir, wie bei der italienischen Variante üblich, ein kleines Zusatzheftchen mit ein paar Facts zu europäischen Topps-Spielen. Hatte ich ja in den anderen Videos schon ein bisschen ausführlicher gezeigt. Wer sich das also nochmal anschauen will, dann einfach das Video mit den International Icons oder den Golden Goalscorers anschauen. So, wir beginnen mit unseren exklusiven Karten und der Limited Edition Card. Und das ist in dem Fall Robert Lewandowski als Gold Limited Edition Card. Die LE 7G. Und da drunter kommen dann unsere Matchwinner-Karten mit Marc-André Ter Stegen für Barcelona. Dann haben wir Toni Kroos für Real Madrid. Upamecano für Leipzig. Diego Costa für Atletico. Andrew Robertson für Liverpool. Dann haben wir Kono Priyanka für Schachto Donetsk. Pulisic für Chelsea. Van Bissakka Man United. Joshua Kimmich für die Bayern. Piszczek für Dortmund. Julian Brandt ebenfalls Dortmund. Abdou Diallo, ehemals Dortmund. Jetzt Paris. Dann haben wir André Di Maria, ebenfalls Paris. Thauvin von Marseille. Und zum Abschluss Diata vom Club Brügge. Das sind also die 15 exklusiven Matchwinner-Karten, die es nur in dieser Matchwinner-Megatin gibt. Und jetzt wollen wir mal schauen, was wir noch an Special-Karten aus diesem zweiten Päckchen ziehen. Und ganz besonderes Augenmerk gilt aber natürlich auch den enthaltenen Karten der italienischen Teams. So, wir beginnen diesmal einfach mal mit den gelben Special-Karten der Rising-Star-Karten von Curtis Jones von Liverpool. Dann haben wir Koke als Starplayer für Atletico. Und De Catteler als Rising-Star vom Club Brügge. So, dann geht's weiter mit unseren Base-Cards. Mit Collado von Barcelona. Dann haben wir Morata für Atletico. Toni Kroos für Real. Gulashi für Leipzig. Pizzi Benfica. Dahoud für Dortmund. Van Nacken für Brücke. Die Klappio-Karte von Davis von den Rangers. Dann haben wir Schmeichel für Leicester. Alex Oxlade in Chamberlain für Liverpool. Dann müssen wir einmal drehen und machen weiter mit Manuel Neuer für die Bayern. Oskar Wendt für Gladbach. Die Allrounder-Karte von Leimer für Leipzig. Dann haben wir Emre Can für Dortmund. Thüram für Gladbach. Eduard für Celtic. Dann eine Taktik-Karte. Den Base-Card-Boost. Alisson Becker für Liverpool. Und dann sind wir bei den italienischen Karten angekommen. Mit Sergej Milinkovic-Savic als Allrounder-Karte für Lazio. Dann der nächste Allrounder mit Kessier vom AC Mailand. Sami Khedira für Juventus Turin. Dann haben wir Panomino für Atalanta-Bergamo. Esposito von Inter Mailand. Elmas für Neapel. Nochmal Neapel mit Alex Meret. Und zum Abschluss Diawara vom AS Rom. So, dann bleiben noch unsere grünen türkisen Special Cards mit Llorente von Atletico Madrid. Kovacic von Chelsea. Die Hedrick-Karte von Kian Mbappé von Paris Saint-Germain. Morage als Man of the Match. Und die Club 100-Karte von Kevin De Bruyne von Manchester City. Na, das ist doch ein richtig schöner Treffer zum Abschluss dieser Megatin. Und in unserem Abschlussbild haben wir dann neben der Gold Limited Edition von Robert Lewandowski und den 15 exklusiven Match-Vinners-Karten aus dieser Megatin. Die 8 Karten, die diese Megatin von der in Deutschland erhältlichen Variante unterscheidet. Nämlich die 8 Karten von den 7 verschiedenen italienischen Teams, die wir hier auf der rechten Seite im Bild sehen. Schöner Treffer dazu natürlich die Club 100 bzw. 100-Klappkarte von Kevin De Bruyne. Also alles in allem rundum gelungene Megatin. Wie ihr das seht, dürft ihr gerne jetzt noch unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich da über eure Rückmeldung. Drückt auch gerne nochmal aufs Däumchen nach oben, wenn ihr bisher noch kein Like für dieses Video da gelassen habt. Und wer hier noch nicht regelmäßig dabei ist, sollte sich schnell noch eins der kostenlosen Kanalabos sichern, um künftig nichts zu sticken und Trading Cards hier auf dem Kanal zu verpassen. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.